Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du mich mehr hassen, als die Vokale das Y hassen. Wenn ihr die Seite 34 aufschlagt, werdet ihr sehen, welche Vorhaben wir im nächsten Fall realisieren werden. Okay, okay, ja, hör mal, ich bin in einem Meeting, ich ruf dich zurück, ja? Na, sieh mal einer an, wer kommt denn da mal wieder viel zu spät? Also, worum geht's hier, Leute? Tja, bevor du... Ach, tut mir echt leid. F, was geht ab? Nein, nein, ich kann reden. Oh, g-